Ja, wir bräuchten eigentlich Zuckerrohr. Aber da kommen wir irgendwie nicht dran. Na toll. Jetzt haben wir wieder Scheiße gebaut. Und Blaze haben wir getötet. Wo geht's denn hier raus? Hä? Ah, hier. Oben komm ich glaube ich auch nicht an weitere Kisten. Mann. Wahrscheinlich müssen wir wirklich mal die Monuments anfangen. Hier, Gelb Stained Clay. Blue Stained Clay. Das können wir doch... Können wir doch jetzt alles machen. Wir haben doch hier irgendwo diese komischen Blümchen. Hier, Poppy. Das da. Das da. Light Blue brauchen wir auf jeden Fall. Stained Clay. Light Grey. So. Wir gucken einfach mal was da geht. Light Blue Stained Clay. Okay. Ja, wir können aber nur immer 8 rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht welche Farbe wir noch brauchen. Nehmen wir die Farben mit und den Clay. Und dann gucken wir mal. Ja. Irgendwo war der. Ich glaub der hier. Hä? Und wie kann ich denn da reinsetzen? Geht's dann? Hä? Hey, manchmal wird mir das angezeigt. Blue Stained Clay. Welchen brauchen wir hier? Yellow Stain Clay. Den können wir uns machen. Yellow. Yes. Yellow Stain Clay. Und jetzt? Und jetzt? Wow! Ja, ja, ja. Ja, unser erstes Monument. Wächst da durch der Radius? Was haben wir hier? Das müsste rot sein. Jawohl! Also, warte mal, warte mal. Wir gucken, hier ist an den Posten dran. Ne, dafür kriegt man gar nichts. Was soll denn das? Ist das auch rot? Pink. Magenta. Dann ist das hier wahrscheinlich Magenta. Oder Light Blue. Ne. Was ist das? Was ist das? Sagen wir doch, was das ist. Blue Stained. Blue Stained Clay. Was ist das? Green. Ähm. Haben wir alles noch nicht? Ah, unser erstes Monument. Jawohl. Okay. Green. Wow! Ah! Ah, jetzt... Jetzt check ich das. Für die Monuments kriege ich Tiere. What? Petru-Zug. Arrow of Healing. Spectral... Spectral... Arrow. Äh, Arrow. Wow! Äh, jetzt sollte ich nur schnell vielleicht ein paar Gehege bauen. Dat mir die Viecher nicht abhauen. Geht das so? Äh, ne. Hä, was ist das? Wooden Traptor. Hat ja eine komische... eine komische Textur hier. Gut, das war's nicht mehr. Ging das so rum? Oh, Quancy. Jawohl. Was ist das? Eine Katze! Ähm, wir machen das am besten einfach hier. Sehr dunkel hier. Äh, warte mal. Du kannst gleich mal hierbleiben. Geh mal da ein Stück noch zur Seite, bitte. Na, so ist fein. Hallo! Hallo! Äh, äh, egal. Weg damit. So, komm mal mit dir. Leutchen, Leutchen. Ja, so ist fein. Und jetzt? Schubs! Fall rein! Noch ein bisschen. Jawohl. So, wo ist das Schaf hin? Ey, da war doch noch ein Schaf. Wo ist das Schaf hin? Ist es ein Meter? Oder ist es runter? Ey, da war ein Schaf! Ähm, warte mal. Code-Tribber ist doch ein Achievement. Ja, ich muss jetzt, das muss ich jetzt noch schnell machen. Einmal so, einmal so. Bop, 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 bop. Und. Jawohl! Ah, jeez, man. Hier oben. Wenn Pigs fly, fly and pick of a cliff. Was? So, warte, 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 eins, eins muss ich noch machen. Da kommt immer, da kommt immer so viel zu sagen. Ah, warte mal. Ich habe doch hier einen Fisch. Ich habe hier einen Fisch. Kötzchen! Hallo? Hallo? Kann ich das denn nicht zum Futter geben? Mensch. So, ich weiß immer noch nicht, wo das Schaf hin ist. Das ärgert mich ein bisschen. Wow, wir haben hier noch mehr freigeschalten. Ähm, was ist das? Ach so. Orange. Orange. Können wir die, können wir die so, äh, verkraften? Ich glaube es ja nicht. Ne, wäre ja zu schön gewesen. Brown. Was haben wir hier noch? White. White. Können wir machen. Wir haben oben, äh, Baumil. Lime. Zian. Oh, jetzt gehen wir langsam die Blöcke aus. Purple. Magenta. War Purple und Magenta nicht irgendwie ähnlich? Nee. Okay. Das war nichts. Also, das war es von der heutigen Folge. Minecrafts, äh, nicht Sky Factory, sondern Captive. Ja, wenn die Katze den Fisch nicht will. Braucht man da einen rohen Fisch? Da hinten hat es auch Pfingster. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich wollte noch einen, kann ich machen. White. White, denk, Clay. Nein, ich habe nicht genug Clay. Doch, warte. Wird das? Nee. Kann ich den umfärben? Nee. Wahrscheinlich muss ich, vielleicht muss ich den nochmal brennen. Geht nicht. Also, in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall noch einen Haufen Clay abfahren. Und, äh, brennen. Und dann geht es weiter mit den, ähm, Monuments. Dann kommen wir da nämlich auch endlich mal voran. Äh, interessant, dass man dafür verschiedene, äh, ja, Kreaturen kriegt. Finde ich cool. Ich frage mich nur, wo das Schaf hin ist. Ich gehe mal kurz in den Eter gucken. Ja, da steht's. Ich probiere mal, ob das zurückgeht. Ähm, mit was kann ich das locken? Ja, hier mit. Das wird nicht geportet. Vielleicht muss es zusammen mit mir gehen. Nee. Ah, schade. Schade, dass das Ding hier durch ist. Egal. Also. Ähm, nächste Folge machen wir nochmal. Äh, warte, warte, warte. Quatsch. Das haben wir jetzt schon. Das haben wir jetzt schon. Gibt's halt, gibt's halt ein bisschen längere Folge. Egal. White Stained Clay. Das wollen wir jetzt voll machen. Ähm, wo ist denn der? Da. So, was haben wir jetzt dafür gekriegt? Schnell hoch. Ein Chicken. Ein Chicken und eine CD. Warte, warte, warte. Jawoll. Auch das hat geklappt. Ach, das. Warte, warte, warte. Was? Hey. Du spinnst wohl. What? TNT. Viel TNT haben wir gekriegt. Von dem Vieh. Ja, es kann ja wohl nicht sein, dass, dass der uns, so, unser Hühnchen tötet. Hey. Was sind hier Dinge? Die, die, die glaubt man gar nicht. Äh, warte mal. Irgendwo war doch noch eine Chest. Tötet der unsere Hühnchen. Scheiß viel. Ich dachte, ich dachte, das, 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 da wird friedlich. So, hier machen wir mal allen Clay rein. So, dann machen wir noch ein bisschen Ordnung schnell und dann, äh, war's das von der heutigen Folge. Da ist kein Platz mehr. Da ist noch eine Farbe. Zombie-Zeug können wir hier rein machen. Leder. Leder! Ach so, aber wir haben kein, kein Dings da. Hm. Wir haben kein... Dings da ist immer so gut. Dings da. Das gehört auch nicht rein. Das gehört hier rein. Pätern können wir hier rein machen, wenn wir da Platz setzen. Haben wir aber nicht. Ja, warte mal. Die Farbe... Brown! Wir können sogar... Wo ist der Clay? Brown können wir auch noch machen. Hä? Da müsste doch noch Clay sein. Jawohl. Brown können wir auch machen, weil dazu brauchen wir... Coco Beans. Man muss schon ein bisschen den Kopf hier anstrengen. Bei... Captive Minecraft. Ist schon so. Nein. Immer schnell gucken, was wir oben gekriegt haben. Oh, normale Kühe. Äh, Getreide. Gib mir Getreide. Kommt, kommt, kommt. Oh, wir müssen hier ausbauen. Halt doch rein. Hä? Steht die jetzt auf der anderen Kuh? Ne. Wir müssen hier unbedingt unser Gehege vergrößern. Auch das machen wir jetzt. Diese Folge noch. Ja, diese Folge hauen wir richtig rein. Gerade, gerade, gerade läuft's. Es läuft einfach, ja. Ohne, dass ich irgendwas mach. Ja, ich mach schon was. Ja, ich spiel ja. Aber, äh, finde ich einfach cool. Hier haben wir nochmal. Ach, das sind sogar verschiedene Fans. Sorry. Aber, warte mal. Hier haben wir noch irgendwo... ...falsche Fans gehabt. So, wir sind hier schnell, wir schweben im Überfluss, ja. Wir machen uns sogar Eisenwerkzeuge. Das muss sein. Da, da weiß man wenigstens, dass es mir gut geht. So, dann, äh, Schaufel. Haben wir noch irgendwo eine gehabt? Und ein Hau. Da nicht. Da auch nicht. Dann machen wir uns auch noch eine Schaufel. Wenn wir noch Holz hätten. Ach, wir haben kein Holz mehr. Egal, hier ist Holz. XXXL-Folge. Minecraft Captive. Heute flowt es mal so richtig. Finde ich cool. Nachdem es ewig gedauert hat, bis wir mal ein bisschen vorangekommen sind, läuft es jetzt gerade so richtig. Ja? Also, wir hängen gerade nicht mehr. War das schon der ganze Baum? Oder hat sich da noch ein Holz versteckt? Da ist noch eines. Ja, auch das haben wir geklickt. So. Rup. Rup. Jetzt haben wir wieder... Äh, ja. Auch hier. Da hauen wir einfach Eisen drauf. Wir könnten sie auch aus Diamant machen, aber... Insofern. Süß der Prahlen wollen wir ja auch nicht. Ja? Man muss es ja nicht übertreiben mit den Ressourcen, ja? So, eine Diamant-Axt, äh, Diamant, ähm... Diamant, ne... Schaufel wäre ja dann doch wohl zu viel des Guten. So, aber... Wir machen hier... Boah, jetzt dachte ich gerade, das wäre ein Creeper. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich hab's gedacht. Äh... Nein, nicht das, sondern Gras. So, dann haben wir noch fünf davon. Ähm... Dann machen wir hier mal... Vielleicht machen wir noch ein Tor. Es geht wahrscheinlich gerade anders drum. Ja, also so... Und so. Jawoll. Ein Gate. Und so... Jetzt. So, auch das hätten wir geschafft. Unsere Tierchen haben ein bisschen größeres Gehege und hier ein bisschen mehr Platz. So, nehmen wir weg da Kuh, dann muss ich noch zwei so Dinger abbauen. Wobei wir hier auch noch eins stehen lassen könnten, um da ein bisschen Licht zu machen. So, aber jetzt, das war's jetzt von der... Geh mal weg da. Die Kuh steht immer im Weg. So, und eine zweite Schallplatte haben wir gefunden. Hier haben wir ja schon mal eine. Straight Music 13. Wir haben wirklich ein paar coole Sachen jetzt schon. Schienen. Minecraft. Hier. Ne, Clay kommt außen hin, haben wir gesagt. Ich guck grad mal noch. Einen Eisenapfel müssen wir noch machen, ja? Denk dran, denk dran. Einen Goldapfel. Zwei Eisenblöcke haben wir. Oh, auch dafür, auch dafür gibt's unten einen, äh, einen Dingsda-Slot. Gleich soll ich das Gold dann auch mal hier rein machen. So, ich probiere erstmal diese Suppe. Ich weiß gar nicht, was die macht. Bedrop. Und, warte, warte, wir können noch was machen. Ja, Maschwunden-Such. Ja, nie mehr hungern. Ne, da wollte ich noch nicht hin. Ja, wir überziehen die Folge maßlos. Aber das darf auch mal sein. So, warte mal, Milch können wir, glaub ich, auch schöpfen. Jawoll. Milch. Gibt das einen Effekt? Okay. Okay, 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 Leute. Das war's jetzt wirklich von der heutigen Folge Minecraft. Schon wieder wollte ich Sky Factory sagen. Ähm, Minecraft, ähm, ähm, wie heißt das hier nochmal? Captive. Minecraft Captive. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, damit ich auch merke, dass es euch wirklich gefällt, ja? Ähm, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, Minecraft. Toi, ja – in der nächsten Mal wieder. Kf